So Leute, es geht nur direkt weiter bei Killzone 3 Mit dem skilligsten Spieler, den es gibt Obwohl, naja, also so schlecht bin ich dann auch wieder nicht, oder? Oh Gott, egal weiter geht's, ähm, wir müssen jetzt zurück unseren Ich dachte, ich hätte da jemanden gesehen Äh, unseren Leuten helfen Äh, äh, hier Ach, was laber ich, Alter Ja, wir müssen zurück jetzt unseren Leuten helfen mit dem Lager Weil ja die Helga's Irgendwas planen jetzt Was ist das für eine dicke Lache? Ihr Wichser, ja, wer hat jetzt die dicke Wummel? Ach du Scheiße Noch jemand? Lös dich doch von der Entdeckung Alter, yo, Alter, ich liebe MGs So Oh, hier Wichser, traut dich doch aus Da seid ihr So, jetzt sterb doch mal endlich Der ist immer noch nicht tot Jetzt aber Okay, Leute Mit diesem MG läuft es doch schon viel besser, oder? Oh, jetzt ist die Tür hier offen Und die vorhin verschlossen war Ach da Ach da Äh, ja Flammenwerfer Egal Ah, fuck, du Wichser Den Kumpel auch noch Flammenwerfer Ich tauschte aber nicht mein MG aus, oder? Was? Ne, Leute, aber Nö, 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 nö Ich will das MG behalten Der ist immer noch nicht tot Oder ist schon wieder ein neuer So Alter, wie viele Leute Warten denn nur auf mich? Scheiße, jetzt hab ich die Dinger direkt Neben mir Oh, Gott Das war meine Granate, Leute Dummeleid, dummeleid, dummeleid Jungs Ähm, Mädels Komm ich hier nicht runter Nee, komm ich nicht, scheiße Dann gehen wir einfach hier lang Hm Was ist das hier für eine Waffe? Rocket Launcher Nehmen wir das mit? Nehmen wir das mit? Nehmen wir mit Nehmen wir mit Du Wichser! Bah, Alter Den Kieler durch Du Wichser! Und wie soll ich so schnell reagieren, bitte? Hm So, wo seid ihr jetzt? Jetzt traut ihr euch nämlich nicht Nimm ich den Rocket Launcher mit? Oder Falls wir dicke Dinger kommen Ich überlege gerade Ne, ne, ich nehm das MG Weil das Gegen diese Mechs 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 Ist ja auch scheißegal Mechs Gegen die Mechs Ähm, viel besser ist Äh, was laber ich jetzt? Hier gegen die Infanterie Und die gegen den Mechs Äh, glaube ich Ganz gut ist Okay, gehen wir weiter Was war das? Ach, diese scheiß Pflanzen Scheiß Pflanzen Ihr Wichser, Alter Ich bin vergiftet oder was? Muss ich hier überhaupt lang? Doch, anscheinend schon So, das sind schon wieder meine Leute, ey Ach, das ist, äh, ein bisschen doof Ich war jetzt schon wieder nicht sicher Zu wem die, zu wem die gehören Das ist Bisschen dumm gemacht Also ein bisschen mehr, äh Wie gesagt Bisschen mehr Unterschiede Wäre das schon ganz gern gewesen Ah, dieses MG Also das nehme ich ja jetzt schon Nachladen, nachladen, nachladen Und die Musik ist ja geil Das fällt mir jetzt erst auf Wenn es mal kurz ein bisschen ruhig ist Bam, 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 bam Ja, Mann, Alter Der Sorbus, a.k.a. Rambo5 Ich liebe dieses MG Guck mal, Leute, wie ich jetzt hier mit dem MG abgehe, Alter Ich schieße nicht auf meine Kumpels Nachladen, da kommt der nächste Pisser Hast du, das ist schon wieder einer Sag mal, hast du diese blauen Leuchten auch vorne drin? Warte mal kurz, Kumpel Warte doch mal kurz Oh Gott, er ist schüchtern Leute, äh Das ist, äh, Billy Ray 25 Jahre alt Er sucht eine Frau auf diesem Wege Äh, sehr schüchtern Er möchte sich nicht zeigen, weil er Weiß ich nicht Keine Ahnung Drei Augen hat Mir ist nichts dämlicheres eingefallen Du Wichs Pflanze, ey Euch Hab ich ja gefragt Wo denn, Leute Hier Das ist ein Hellgast Okay, kurz überlegt Hellgast, Hellgast Ja, Hellgast Bist du ein Hellgast? Ne, da leuchtet irgendwas blau Da leuchtet auch irgendwas blau Ich bin dabei, ihr Kumpels Hier lang Hier lang Oh Mann Captain Navel, hier spricht Sefchenko Hören Sie Captain Navel, hören Sie Ich bin beschäftigt, Sergeant Okay, okay Ich bin unterwegs Nein, die überguckung läuft Die Basis ist verloren Gehen Sie zum Treffpunkt Sorry, Sir Das ist nicht drin Sefchenko, Sie starrsinniger Mistkart Hey, wo waren meine Meine MG In dazwischen Die Künste Ist ja voll Blöd Hier kann ich nicht runter Ich bin hier um dir den Arsch zu retten Jetzt muss ich mal nicht so fallout Kumpel Raketenwerfer, okay, dann weiß ich wo ich hier Raketenwerfer liegen Wo sind denn die Gieten? Was? Wo denn? Ju, ju, ju Hier Komm, nimm den Raketenwerfer Nimm doch den Raketenwerfer Nimm doch den Raketenwerfer Nimm doch den Raketenwerfer Nimm doch jetzt Du bist so scheiße dumm Jetzt ist er schon kaputt oder was? Ja Die dümmste Geschichte Auf YouTube